Die Phänomene der modernen Quantenphysik spielen beispielsweise an einem ganz einfachen Punkt der modernen Kosmologie eine Rolle, nämlich die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Das ist eine Wärmestrahlung, die das ganze Universum durchsetzt. Den Spektrum kann man nur erklären, wenn man die Quantenphysik kennt. So hat die Quantenphysik genau genommen begonnen. 1900 hat Max Planck die Wärmestrahlung mithilfe der Quantenphysik als erster erklären können. Und um diese kosmische Hintergrundstrahlung zu erklären, brauchen sie also direkt die Quantenphysik.